Ah, Fressack. Ja, auf jeden Fall willkommen zu einem neuen Server-Mod. Soweit ich weiß, heißt das so. Nämlich spiel ich, beziehungsweise wir, mit meinen zwei Gastkommentatoren. Erstmal gute Yannick. Hallo. Und GameKarim. Hallo. Ich hab eine Frage, wo was ist das Monster? Auf jeden Fall, wir spielen heute die Map Harobines Mansion. Es kenne vielleicht einige. Also es ist, ja quasi wie Luigis Mansion, nur mit Harobrine. Und ohne aufsaugbare Geister. War da was drin, Karim? Nein, es wird erstmal weitergehen. Also wir haben die Map nochmal hochladen müssen. Aber folgt mir ganz kurz, ich glaube, bei uns hinten ist irgendwas. Kommt ihr ganz kurz zu mir? Also ins Haus, wo die Leute. Ja, hier gibt es verschiedene Quest-Bücher. Wo man schauen muss, welche Quest man erfüllen muss. Ich hab was gefunden, Leute. Okay. Okay, Robin, hier ist ein Quest-Buch. Und ein Steinschwert. Cool. Dann noch 1-2 Steaks. Ja, werf das mal gescheit hin, du sammelst die nämlich automatisch wieder auf. Ey, Leute, meine Winner sind schon geil, ne? Ja, die Villa, die muss ich auch nochmal anzeigen. Vergesst nicht schlafen zu gehen. Vergesst nicht schlafen zu gehen. Ja, ja, ich leg mich ins Bett. Wehe einer belästigen ist. Aber hier ist ein Quest-Buch in den Quest-Buch. Kamer hat mal wieder alles geklaut. Und aufstehen. So, sollte er jetzt eigentlich gesaved sein. Aha, Schwert. Hey, Nick, geh raus da. Ich schlaf gerade noch. Oh, es war gerade so schön. Roman, hast du noch irgendein Schwert für mich? Ich hab dir noch eins ins Bett gelegt. Nein, es hat keine Ahnung. Na ja, okay, dann soll es wieder gehen. Los kam ein Drop. Was ist das denn? Golden Nuggets und dafür bekommt man... Boah, Hammerteil auf jeden Fall. Okay, ähm... Moment, ich zeig gerade mal die Menschen, die hier vorne ist, die richtig gigantisch ist. Also, wer die gebaut hat, Respekt. Ich glaube, Hypixel war das, ne? Genau. Ja. Oh, danke schön. Zu viel der... Zu viel des Guten. Mach' ich ja nicht. Egal, wir müssen erst die ganzen Skilette hier bis liegen. Und dann, ja... Die ganzen. Die ganzen Wachen hier. Die ganzen Monster haben auch Rüstungen an. Damit sie einfach ein bisschen stärker sind. Und overpowered Waffen anscheinend. Ich gerade zu spüren bekommen habe. Und Diamantschwerter, verzaubert auch noch. WTF. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, nein. Einstellt habe ich gerade gekillt. Und übrigens, wir werden hier richtig getrollt. Also, wir werden wahrscheinlich ganz oft failen. Wie Robin. Ja. Ja, wegen... Genau, wegen mir. Ne, weil die Gegner hier sind eigentlich an sich ziemlich stark, würde ich mal sagen. Hält mir mal bitte, ihr guck mal. Oha, das ist eine Monster. Kann man sich das Skelett für nicht? Ich habe kein Schwert mehr, kann mir einen ein Schwert leihen. Ich habe nur eins. Ich habe mein anderes gerade mit meinem anderen kombiniert. Achso. Und ich hatte kein anderes. Ich bin zu arm dafür. Ich suche mal nach einer Kiste. Vielleicht irgendwo unter der Treppe. Da ist bestimmt eins. Ja, da ist noch eine Kiste. Geht doch. Geht doch. Aber... Oha. Da ist kein Schwert drin. Oha. Oh Mann, ich glaube, ich habe den gekillt. Was nimmst du mir denn... Was nimmst du mir die Sachen? Ich habe Hypixels Hose. Hypixels... Ja. Ich mache schnell in den Supermarkt einkaufen. Warte, was habe ich denn da? Instant... Hier in Regeneration. Alter, ein Babyzombie hat mich getötet. Tja, wie gesagt, wir werden hier getrolled. Ähm... Äh, Babyzombie! Ah! Babyzombie! Ah! Babyzombie! Babyzombie hat mich getötet. Gib mal bitte deinen roten Flaschkauf. Ist das behindert? Aber ich... Ach ja, wir verlieren ja unsere Items nicht, ne? Ja, nein. Das ist ein P-G im Robo-Blake. Oh, man. Kann man hier nichts gegen Waffen einspauen? Alter, da hat ein Devin Speed. Was hat ein Devin Speed drauf? Ey, der eine backt hier rum, der eine. Der Babyzombie hat voll den... Ey, der Babyzombie hat voll den Oberpower. Ey, der eine will ich das hier runtergepacken. Halt, ey, brauche ich mal ein Fleisch? Ich habe vier Stück. Ich habe... Ich habe auch noch fünf Steaks, also... Okay. Gib mal bitte eins. Okay. Der Babyzombie ist so überpower. Ich gebe mir gleich mal zwei. Ich habe auch schon zwei. So. Okay, wir müssen gehen weiter. Ich habe den Babyzombie... Ich habe den Babyzombie gedowned. Wenn man mit der Map fertig ist, hat man ja irgendwas mit, keine Ahnung, 50 FPG, hat man ja irgendwas mit 60, Level 60 oder so. Wenn man davor nicht gestorben ist. Ne, die XP verlierst du ja noch. Echt? Achso, du hast ja guckt. Okay, die Menschen können wir noch nicht. Wir müssen jetzt auf den Fliethof, weil ich mich recht erinnere. Ja, man kann da wirklich nicht fahren. Ja, ne, Luther sagt, eine Art von Magie blockiert... Ey, warte mal, ich sage nicht. Ich sage was, du nicht. Sag, Kind noch Menschen, ich glaube hier die Tür, wir müssen zuerst in die Gruppe gehen. Äh, ich kann doch, übrigens kann ich eng schon mal sitzen. Also ich kann es auch vonstehen. Hey, da ist eine Kiste. Ich bin schlau genug. Hoffentlich ist da ein Schwert drin. Ja, tatsächlich ein Stein oder was ist denn das für ein Schwert? Keine Ahnung. Eisenschwert. Oh ja, auf jeden Fall, irgendein Schwert. Oder? Stone Swords ist es. Dann kriege ich den Helm, ich habe gar nichts von Rüstung. Ich habe nämlich meinen einzigen Brustpanzer, den ich hatte. Ich habe eine Hose für dich anlegt. Stups, Galaten. Ich weiß es auch nicht. Nee, ich diese Hose. Ja. Da, ey, Potato. Nooo. Okay, ab in die Gruppe, würde ich mal sagen, ne? Hier rein. Ja, wie gesagt, schon fertig? Today not. Not today. Today I'm being boxed. Okay, dann gehen wir mal runter in diesen pädophilen Keller. Das ist sehr schön aus dem pädophilen Keller, gibt es richtig viele geile Autos. Was ist das denn? Ah, nein, kill me. Töten wir dieses Monster. I'm killing. Ihr kommt mir nur vorhin, mit tollen Sekunden. Echt, wo, hä, wo ist man? Ich hätte doch gerade auch was. Hilfe. Wo ist die Sonne? Ja, du Sau. Ich habe keine Waffe mehr, oder? Du, stirb, 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 stirb. Ja, geht doch. Okay, was kann ich bekommen? Ich, äh, noch ein Brustpanzer. Und, ähm, Rotten Flash, okay, annehmbar, kann man so nehmen. Hey, Bogen, cool. Was hat denn der? Ja, ich, ich habe irgendwie keine, ach, geil, ich habe gerade einen Helm bekommen, voll. Ganz, ey, die Box. Er ist sogar noch verzaubert. Frank der Regeneration habe ich bekommen. Ich habe eine ganze Rüstung, weil ihr mich mal ansehen könnt. Ja, Carmen, vielleicht gibt es mal ein bisschen Robin Wasser ab, bei mir vielleicht. Nee, also ich habe, ich bin ausgerüstet. Robin, ich habe einen Helm für dich. Äh, brauche ich mal einen Brustpanzer? Ja, Nick, ich habe hier einen Brustpanzer. Ja, ich habe einen Brustpanzer. Äh, Robin, ich habe Creparians Kopf für dich. Also Creparians Helm. Okay. Robin, guck mal, ich kann dir auch was geben. Okay, was? Eine Schelle? Nee, haha. Ich habe meine Iron Leggings. Cool. Ich habe die Creparians Helm. Habe ich eigentlich eine Hose an? Okay, äh, wo müssen wir jetzt lang? Der nächste ist, er wieder zu viel Rounds Manager und ich habe keinen Schnell. Du kannst erst mal die beiden Schalte hier umdrehen. Ja, die sind an. Doch, die habe ich doch gerade angemacht, du. Ja, rat mal, was du ausgemacht hast. Kannst du wieder anmachen, ich habe sie doch schon angemacht. Okay, hier ist ein Redstone Block, also kommt mal hier runter, wo ich gerade draufgemacht habe. So, wir sind doch hier schon fertig. Ich finde, es steht gerade ein Monster mit meiner Eischenhau. Oder ist hier hinten was? Ja, hier unten geht es runter, lass mich auf den nächsten Boss. Ach so. Hier ist der Redstone Block, jetzt musst du dich hier aufstellen. Du musst sie auf den anderen stellen. Oh, ich habe einen Bogen gedroppt bekommen. Sind die jetzt einfach so schon jetzt gekommen? Willst du mich gerade verarschen? Die kommen von oben, Alter. Alter, das sind aber viele. Hilfe, hilf jetzt mal. Ja, mit meinem Bogen kann ich nicht so viel auslesen. Ähm, Leute, sag mal, Robin, darf ich meinen YouTube-Namen erwähnen? Ja, kannst ruhig mal. Your Pride sagt, Skledkönig, wach auf, du hast Besucher. Wow. Skledkönig, sagst du was? Das ist auch eine Scheiße. Wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Meine Unten haben wir schon gesagt. Trank der Regeneration, zum Glück habe ich ja den... Alter, das ist doch ein richtig geiler Eisenzong. Kam, würde ich dir zuhören. Alter, die Viecher sind aber auch nervig, wie noch was, hey. Hey, ich leid... Verreck, verreck, verreck. Eine Art von Magie wirklich, die Tiere. Oh, du hast die Dinger schon wieder zugemacht, ne? So. Die Scheiße, ey, ich bin oben, du. Und man... Okay, ich und, ähm, äh, hier. Robin Kilgall, alle Zombies, die schlachten die ab. Alter, von woher sind sie gekommen? Ich wüsste, wo ihr seid. Wir sind in der Gruft bei diesem, äh, bei dem Guest. Ach ja, ich sehe eure Namen. Hilf mir, hilf mir, Robin, Robin, hilf mir. Was? Moment, durch die Tür, durch die Tür hier, durch die Tür. Ich bin schon da. Moment. Au. Ich komme. Ich helfe dir. Der Noobs, sterbt. Sterbt, 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 einfach nur. Sterbt. Komm, weg da. Oh. Na komm, geht down jetzt. Oh, der erste schon mal down. Und der zweite auch schon. Und was habe ich bekommen? Eine Iron Leggin. Ich habe was für dich, ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Aua, Leute, ich bin den entscheidend. Ich habe eine Frage, kriege ich die Iron Leggin? Und ich habe was für dich. Warte mal, ich kann zwei Iron Leggins, äh, reparieren. Kriegst du die? Hat sie keine Verzauberung mehr? Nee, nee, die, die anderen hatten generell keine Verzauberung. Guck mal hier. Was tun? Ich habe was für dich, Robin. Ja, die Schuhe. Aber irgendwas mit, ich habe bessere. Schickere. Meine sind Schnieke. Wo was ist das denn? Heilige Scheiße. Scheiße. Ah, spinn, spinn. Ich habe ein Schwert gefunden. Das war richtig geil. Das heißt, brauche ich die Brots für die Resilienz. Scheiße, ich bin wieder oben, ich bin wieder am Anfang eine Gruft. Ich habe 17 verrotzendes Fleisch. Ja, komm mal, noch wieder her, Robin. Ja, ich komm. Ich habe geheim geentdeckt, es ist so einfach aufgegangen. Also die Rüstung, die bringen ja überhaupt nichts, ey. Ich habe einen instilliert und noch einen Bogen bekommen. Ich habe drei Bögen. Die Monster sind ja einfach zu kaum auf der Kulturen. Ja, die sind echt overpowered, die Monsters, das geht gar nicht. Leute, ich habe drei Bögen, ich habe drei Bögen. Aber halbwegs hat sich echt Mühe gegeben, Isabel. Ja, das stimmt. Ja, naja, sein ganzes Team hat sich dann Mühe gegeben. Nicht nur er, nicht nur er. So. Geheim, äh, äh, das ist ja schon halbwegs hier. Aber wenn bist du und? Okay, da bist du. Ja, Korsten, ich habe was für ein Schwert, ich habe. Guck mal. Eisenschwert. Ab, Alter, haben wir alle Diamant-Sachen, wenn wir mit der Mensch... Ja, ja, nicht Gott, ich habe immer mit die Diamant-Stiefen. Okay, äh... Es ist keine Diamant-Stiefen. Entschuldig nicht. Das sind so Reco-Boots. Okay, Leute, äh, ich bin mal Slash-König, ne? Okay, wir werden noch heuer mit dem Kind. Leute, hier gibt es so geile Sachen. Blindheit. Äh, ich habe Blindheit und du auch? Äh, ja, Blindheit. Leute, hier sind doch noch so viele Sachen. Ja, toll, freudig. Ich glaube einfach irgendwo hin. Irgendwo führt jeder Weg irgendwo hin. Ähm, die Frage. Ah, eine Falle, ich sterbe. Und wir haben auch Langsamkeit, wie ich gerade sehe. Nein, ich habe nur Blindheit. Also, wenn mich unterfällt, werden wir wieder den Anfall teleportiert. Ne, Anfall dieses Labyrinths 4. Achso. Ich habe eine komplette Eisenrüstung. Eine komplette Eisenrüstung hat keinen Schaden. Ja, ich doch auch. Ohne Schaden. Robin, brauchst du irgendwas? Nee, gerade nicht. Ich habe Robin verloren. Ich habe drei Instant-Tier-Tränke. Oh mein Gott, die sind blind, das geht auf den Sack. Da hat sich ja mal wieder schön viel einfallen lassen. Und ich bin durch. Oder bin ich am Anfang? Ne, ich bin durch. Bossfight, Skeleton King. Klick mal den Button, wer wir da hätten. Okay. Leut, ich habe... Hä? Leut, ich dachte, ich fahre schon irgendwo in die Schlucht. Okay, der Slapkirch kommt gleich. Ach mein... Ich habe nur einen Bogen, ich habe nur einen Bogen. Da ist jetzt nicht... Weißt du? Oh, also stimmt ja. Oh, ich hasse den so, wie der abgeht. Das ist so eine Notte. Alter. Wissen Sie noch mit Annika? Ja. Alter. Aber da sind wir auch übelst oft gestorben. Okay, jetzt haben wir einen Schützkasten. Karim, lass mich nicht entkommen. Ja, ist der Lukas? Ja, äh, lef... 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 nein, nein, ich sterbe gleich. Slash. Ja, hat er gemacht. Dankeschön. Ich fühlte dich. Ich fühlte dich. Das ist der Junge, der... das ist Lukas, das ist ein OP. Oh, hier ist noch irgendwo. Ja, ich habe einen Diamantenhahnischen Kopf. Ich freu dich. Ich, ich, ich... Ich besiege auch an dir. Alter, wie stark es ist. Alter. Ja, ich, ich... Ich hau die ganze Zeit auch mit meinem Eisenschon. Diese scheiß Zombies, hey, die gehen mir so auf den Sack grad. Aber der Skeletan King ist schon cool. Yeah, 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 yeah. Oha, ich wurde mit einem... Verzauberter Diamant-Hahnisch hab ich bekommen. Ja, getroffen. Scheiße, ich werde tot, ich werde tot sein. Wieso trifft das Skelettern immer mich? Weil das eine Nutte ist. Sie haben so gute Augen vom Ficken bekommen, die sehen einfach alles. Okay, jetzt steckt er fest. Ich hau grad mit dem Eisenschon auf ihn ein. Also ich hab nur einen Wogen, also ich... Ja! Ja, er ist gut. Das ist unfair, ich bin grad weggefetzt, als der gestorben ist. Ist das scheiße. Okay, wir müssten hier eigentlich die Schalpel reintun. Ja, bitte. Ich hab jemanden Zeugs. Herr Ryan says you have killed the Skalaten King. I am impressive, mein Gwess. Ab ins Never, Leute. Ich hau, ich hau. Ach, jetzt werden wir... Ach, jetzt werden wir... Ich hau, ich hau. ... außerhalb der... Es leckt grad, das ist von mir. Ich hab grad Standbild. Game... Also Gamecam sagt, lass uns in die Mansion gehen. Let's get inside the Mansion now. Yay! Okay, es blitzt, es regnet. Boah, geiler Dino. Okay, anscheinend ist Herobrine grad richtig angepisset. Warte mal, Leute. Leute, hier gibt's noch Pilzkühe. Lass den mal trinken. Warte, ich geh nochmal ins Dorf und verkauf verrottetes Fleisch. Ja, ähm, das sagt mir, das hat der Ding auch grad gesagt. Looking for a ground for upgrades and visit the shop. Ach so, hab ich einen Goldnuggets, halt, wir können uns was kaufen. Ach, Leute, wir sind hier auf dem Mushroom-Einheim-Stack drauf. Ich Idiot, ich muss mal den Sound anmachen. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Null Plan. Ich mach den aber mal auf fünf, zehn. So. Ich hab keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen. Ey, also um zehn haben wir angefangen, also vielleicht noch zwei Minuten. Ey, ich bin schon in der Mansion. Okay, ich hab mir Fleisch gekauft. Schade, dass man keine Rüstungen verkaufen kann, das wär cool. Ja, um verbessern kann. Ich bin ja schon Level 17. Ich hab 13 Steaks. Ich bin ja in vier. Ey, aber mal, ich trink grad mal was. In real life. Lass es dir schmecken, Robin. Es ist nur Wasser. Robin. Robin. Es ist nur Wasser, der schmeckt nicht. Ist echt so. Okay, Robin, komm, Wasser ist scheiße. Ich bin ja schon beim nächsten Boss. Ja, okay, klick den Boss an. Er geht das. Der würde dir nicht auf Grund, weiter? ich hasse die witch da ist auch schon die witch da ist nur die scheiße man bei mir ruckelt das nein bist ich hab was habe ich was ich hatte gerade ich hatte gerade die nerven voll was soll ich denn sonst machen nein ich hasse das so leute das das ist jetzt kein fehler oder so das soll so sein dass man irgendwie nichts mehr sieht alter leute ich hab mit dem alten schmerz so auf die eigene schlafen ich glaubt gerade ein kleines babyfee zusammen wisst ihr wie ich mich dabei fühle nein nicht schon wieder ich sterbe ich ich sehe es überhaupt ein hasst baby ich bin vergiftet ich kann es gerade selber nicht so fette hässliche witch ey verreck einfach nur ja leute ich hab keine waffe ich hab nur ein das ist bestimmt vom winx club oder so ich will dich mit euch ich kloppe in meinem babo skin auf die schlampe einfach ein hey ich auch gleich moment nein die ist noch nicht da und da steht sie ich hab sie so oft in meinem ding auf sie eingepruggelt die kam deine hefte an der rüstung ist weg ich weiß man ich kann eine neue sie auch die brutalsten brosse die es gibt echt ist tot nein die schaltkarte ist tot oder doch ich hab die schaltkarte dein bureau er sagt der ist ein hässlicher yntho erklärt mir meine nächsten raum 16 erst das wäre schon mal der erste Part gewesen, würde ich mal sagen, ne? Würde ich auch sagen. Okay, ähm. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, bei Harry Rubin's Match. Ähm, ja, machen wir dann hier weiter? Okay. Ja. Also, wir haben jetzt noch, äh, 14 Minuten Zeit. Hä, was? Nein, K, wir müssen noch um halb los. Ja, aber, ja, wir können noch 10 Minuten später auch losgehen, ja, ne? Nein, das ist, du weißt, das ist unser, du weißt schon. Lass uns jetzt einfach den Cut machen und dann sehen wir uns, bis dann bei, bis zum nächsten Mal bei Harry Rubin's Match. Ciao. Ciao.